Willkommen zum Video Tutorial über Sitzungen in Ilias. In diesem Video möchte ich die Funktion von Sitzungen erläutern. Außerdem gehe ich auf die Erstellung einer Sitzung genauer ein. Ich beginne mit einer kleinen Einleitung in die Funktion der Sitzungen und wofür man sie nutzen kann. Anschließend erläutere ich die Erstellung einer Sitzung und wie man Materialien verknüpft. Zum Schluss gehe ich noch genauer auf verschiedene Einstellungsmöglichkeiten ein. Sitzungen in Ilias können von Lehrenden genutzt werden, um den Studenten Materialien, Skripte und Übungen zeitlich begrenzt zur Verfügung zu stellen. Sie bieten also die Möglichkeit, komplette Präsenzveranstaltungen mit allen dazugehörigen Sitzungen vorab einmalig fertigzustellen und zu bestimmen, wann die einzelnen Objekte für die Studierenden freigeschaltet werden sollen. Um eine Sitzung zu erstellen, muss man zunächst im jeweiligen Kurs auf neues Objekt hinzufügen und anschließend auf Sitzung klicken. Sie haben nun die Wahl zwischen drei Optionen. Sie können eine neue Sitzung erstellen, eine bereits erstellte als SIP-Datei hochladen oder eine bereits existierende Sitzung in Ilias kopieren. Im Folgenden möchte ich auf die Erstellung einer neuen Sitzung eingehen. Dazu wird ein Zeitraum eingegeben, in dem auf die Sitzung zugegriffen werden soll. Anschließend können noch gegebenenfalls ein Titel und weitere Informationen über die Sitzung oder über den Vortragenden ergänzt werden. Zum Schluss müssen die Einstellungen abgespeichert werden. Nach erfolgreichem Erstellen einer Sitzung werden Sie zum Erstellungsort zurückgeleitet. Dort sehen Sie nun den Zeitraum, in dem auf die Sitzung zugegriffen werden kann. Außerdem könnten Sie nun, wenn bereits Materialien zugeordnet wären, diese ebenfalls sehen. Um Materialien, Übungen, Tests oder andere Objekte zu der Sitzung hinzuzufügen, müssen Sie zunächst auf den Titel der Sitzung klicken und anschließend auf den Reiter Kursmaterialien. Sie sehen nun eine Liste sämtlicher Objekte, die sich im selben Kurs wie die Sitzung befinden. Um eines oder mehrere der Materialien auszuwählen, muss das Kästchen ausgewählt und anschließend auf Speichern geklickt werden. Ilias meldet, dass die Einstellungen gespeichert wurden. Wenn wir nun erneut zu der Liste der Kursmaterialien zurückkehren, können wir weitere Objekte hinzufügen oder bereits existierende entfernen, indem wir die Markierung des Kästchens aufheben. Wenn Sie ein Objekt in Ilias noch nicht erstellt haben, können Sie dies auch über die Liste der Kursmaterialien machen. Dazu müssen Sie lediglich auf Neues Objekt hinzufügen klicken und das jeweilige Objekt aus der Liste auswählen. Das Objekt, in unserem Fall ein Ordner, wird wie üblich erstellt. Nach erfolgreichem Erstellen befinden wir uns in diesem Ordner. Wenn man nun zum Kurs zurückkehrt, sieht man, dass der Ordner bereits der Sitzung zugeordnet ist. Sie können den Sitzungen auch Dateien hinzufügen, die sich noch nicht in dem Kurs befinden. Dazu öffnen Sie die Sitzung durch klicken auf den Namen und gehen anschließend auf den Reiter Einstellungen. Unter Dateien zuordnen können Sie nun eine oder mehrere Dateien mit einer jeweiligen Gesamtgröße von maximal 2000 MB hochladen. Durch klicken auf Speichern werden die Dateien hochgeladen und nun ebenfalls der Sitzung zugeordnet. Das Entfernen dieser Dateien funktioniert wie gehabt über die Liste der Kursmaterialien. Sie haben die Möglichkeit, den Zeitraum und weitere Einstellungen nachträglich zu ändern. Dazu müssen Sie zunächst auf den Titel der Sitzung klicken und anschließend auf den Reiter Einstellungen gehen. Hier kann nun der Zeitraum, in dem auf die Sitzung zugegriffen werden darf, geändert werden. Sie haben auch die Möglichkeit, die Sitzung unbegrenzt zur Verfügung zu stellen. Informationen wie Titel, Beschreibung und Angaben zum Vortragenden können geändert werden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Sitzung nur durch Anmeldung zugänglich zu machen. Teilnehmer können sich direkt anmelden, was bedeutet, dass Sie der Sitzung durch einen Klick beitreten können. Wenn Sie Teilnahme beantragen auswählen, muss die Anmeldung zunächst von einem Administrator der Sitzung bestätigt werden. Erst danach hat der Student Zugriff auf die Sitzung. Natürlich kann auch ausgewählt werden, dass für die Sitzung keine Anmeldung erforderlich ist. Um die Teilnehmerzahl zu begrenzen, haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Anzahl der Teilnehmer einzugeben. Sie können nun die Nutzung einer Warteliste aktivieren, um den Studenten die Möglichkeit zu bieten, auf einen Platz in der Sitzung zu warten. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Einstellung, auf die ich nun genauer eingehen möchte, die Sitzungsansicht. Diese Einstellung sollte standardmäßig bereits in einem Kurs eingestellt sein. Sie finden sie, indem Sie im Kurs auf den Reiter Einstellungen gehen und dort zur Kursdarstellung scrollen. Wählen Sie nun Sitzungsansicht aus, werden Sitzungen in einer eigenen Liste oberhalb von anderen Materialien angezeigt. Des Weiteren können Sie die Sitzungsanzahl begrenzen, was den Effekt hat, dass vergangene oder zukünftige Sitzungen nach Belieben ein- oder ausgeblendet werden können. Wählt man 0 als Anzahl der vergangenen und nachfolgenden Sitzungen, so werden sämtliche vergangenen und nachfolgenden Sitzungen ausgeblendet. Wählt man für beides 1, so sieht man trotz Ausblenden noch immer die zuletzt vergangene Sitzung und die, die zeitlich als nächstes an der Reihe ist. Dies waren die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten von Sitzungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.